Hallo Alina. So, das ist immer für dich. Hallo Alina. Hallo Alina. Hallo Alina. Vielen Dank. Hallo Alina. Perfekt, danke. So, ich hoffe, Sie haben jetzt einen ersten guten Eindruck von unserem Porsche Zentrum hier in der Hamburger City erhalten. Das gleiche möchten wir Ihnen jetzt im Porsche Zentrum im Nordwest zeigen. Auf geht's! Schön, dass du bei uns warst. Gute Fahrt zurück zu deinem Zentrum im Nordwest. Vielen Dank Philipp. Tschüss! Hallo Frau Kauke. Hallo Herr Knies. Hallo Herr Knies. Hallo Herr Knies. Hallo Herr Knies. Hallo. Hallo Max. Hallo. So, ich hoffe, Ihnen hat unser Umgang gefallen.